Berndstapel vom Autohass Siebrecht. Dieses Video ist nur für euch. Bei Siebrecht sind wir echt stolz auf euch. Euch, unsere Mitarbeiter. Dich, dich, dich und dich. Denn ohne euch geht hier echt nichts. Schrauben, lackieren, diskutieren, verkaufen, beraten, polieren, telefonieren, tippen, überwachen. Transportieren oder folieren. Jeden Tag. Und manchmal nehmen wir uns selbst nicht zu ernst und haben gemeinsam Spaß. Ihr seid es, was Siebrecht echt macht. Echt einzigartig. Echt ungewöhnlich persönlich. Und weil das so ist, gibt es uns seit über 100 Jahren. Deshalb sagen wir Danke dir. Danke dir. Echt ungewöhnlich. Echt ungewöhnlich. Echt ungewöhnlich. Echt ungewöhnlich. Vielen Dank.